So, ich bin Stufe 7, habe Quests, spiele 5 Matches, gewinne 3 Spiele, ist ja alles, ist alles, ist gut. Das mache ich heute Nacht noch. Als Tank Champion, kann ich das rerollen? Wöchentliche Würfe, ui. Wöchentlich? Ach so, ist auch eine wöchentliche Quest. Ich kann einrollen, was heißt das denn? Gewinne 5 PVE Herausforderungen. Was sind denn Herausforderungen? PVE auch noch, was, wo gibt es denn hier PVE? Ach da, da, ab Stufe 15. Nee, das bekomme ich nicht hin. Dann lieber zweimal als Tank, ey. Ach, geht nicht. Dann kann ich Tank neu rollen. Ja, ist okay. Super. Ah. Ist das nochmal? Ist eine Sniperin, okay. ähm, Pip. Der war doch Unterstützer. Skills, ähm. Oh, cool. Eins, zwei. So ein Slow-Feld. Anscheinend so eine Slow-Granate. R1 ist Hörspring. Also so ein Jetpack. Ähnlich. Und das ist eine Heal-Granate. Oh, cool. Das ist... Das ist cool. Das ist ein Ding. Ja, den probier ich gleich mal. Diese Essenzen. Ich hab da... 41.000. Ist das normal? Ist das normal? Oh, cool. Select your champion. Oh. Ja, ähm, dann... Ich finde die ganz nice, auf diesem modus wo man ein bisschen area control braucht nennt man das so vielleicht schlangenstrand also spiel er hat mich positiv überrascht ich habe nicht viel erwartet von einem free-to-play klonen es sind ja immer mehr kunden darf man es nennen ist das politisch korrekt aber ihr wisst von einem aufblühenden genre einfachen neuen ableger die gods are watching our blood is rushing and the hunt is on du hältst 30 prozent liebensraum schon geil prepare for battle 5, 4, 3, 2, 1 Let the battle begin Was ist das? Da geht doch einer rein Das ist wohl das erste Match das ich verliere Das hier ist wohl ganz nice Brauch ich aber drei Wunder Nein Nein Double-Kill Eros incoming Rampage Eros incoming Eros incoming Eros incoming We have verloren Ja Oh, was? We will not go back We will not go back Where is it? Three Seven Six Five Four Three Two One Double-Kill Yes! Ganz schön teuer. Ich nehme alles aus der letzten Reihe hier. 5,4,3,2,1 Was? Ich brauche die Empfindung. Ich glaube ich habe es aber nicht angenommen. Not yet. Enemy, killing spree. Enemy, double kill. Stop the payload. Enemy, double kill. K&A 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 They didn't play, okay Tatsächlich Negativ Stats Mäßig Wie geht das? Ist das weil wir kein Tank haben? Vielleicht sollte ich Ein Tank geben Vielleicht War es blöd jetzt Die eine Herausforderung zu Rollen Vielleicht Point spawning In 15 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Special Delivery 3 von uns sind gestorben 4 von uns sind gestorben Ist doch nur ein Tier Der Bild ist gerade kurz weggegangen 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 Der Bild ist Der Bild ist Der Bild ist gerade kurz weggegangen Kann mit dem Shit aufhören Weg machen Ja, das ist gut, genau. Wah, wah, gut. Oh, ich hab den höchsten Schaden. Ja, cool. Ich hab mit den meisten Kills. Wow. Schön. Mit 10 oder wie? Nee, zweitmeißen. Ja, okay. Schön. Äh. Ist der eine Art von Weisen hier? Äh, ja. Gut. Profil. Gar keine Spielzeit. Was? Was kostet sowas? Ah, okay. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet. In echt. Meine Spielzeit ist irgendwie bei Null. Wieso auch immer. Ah, provisorische Spiele, ja. Und dann wird man eingestuft. Ahl acum. Also. Ar denen geht es gut. Was ist das? Provisorische Spiele heißt Rank, die Placements, aber im Sinne von, ja, ist egal. Ich schau mir den eben an. Flammenlanze. Cool. Ist ein cooler Dude. Auf jeden Fall, der Fernando, ähm... Fernando! Geil. 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 Das ist super wichtig. Irgendwas ist mit meinem Monitor los. Ich kann im Prinzip bald schon... Ein Champion kaufen, aber wie viel kriege ich denn pro Match, ey? Das sind meine ersten drei Matches gegen Menschen. Ja, ist doch cool. Matches sind auch relativ kurz. Meisterstufe 20. Okay. Bro. Okay. Ich habe 67 Skins. Das sind wahrscheinlich die Standarddinger. Die zählen, glaube ich, schon als Skins. Kann ich denn so Skins basteln hier zum Beispiel? Nee, kaufen wir mit Cash. Ah, okay. Interessant. Ich habe aber irgendwas für sie gezogen hier. Ja. Jo. Ich... Moment. Wie viel kostet das Founders Pack? 20 Euro. Zehn Strahlen, äh... Essenzen. 72.000. Okay. Oh. Alle aktuellen und zukünftigen Champions für 20 Euro. Also das gleiche System wie... Smite. Macht Sinn. Ist cool. Also man kriegt quasi ein vollständiges Spiel für 20 Euro. Find ich gut. So, äh... Ja. Das war es aber erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.